Hey Leute, herzlich willkommen bei einem neuen Video von Spiel mit mir Apps und Games. Ich bin's, der Kahn. Und heute gibt es eine echt coole App für euch. Ein echt cooles Spiel. Splash Cars nennt sich das. Und damit färben wir die ganze Stadt ein. Und zwar mit einem Auto lackieren wir die Stadt mit einem Auto. Wir lackieren kein Auto, sondern eine Stadt. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Ist von Crane Balls und ist geeignet ab 0 Jahren. Und wir spielen direkt auf Play. So, das Tutorial habe ich schon mal gemacht, um einfach zu wissen, wie das Spiel geht. Und jetzt möchte ich mal weitermachen. Wir haben oben sechs, seht ihr, wir haben fünf Batterien noch über. Und das kommt nach einer Zeit immer neu, deswegen müssen wir da zwischendurch warten. Aber jetzt starten wir so Tap to Ride. Und jetzt sehen wir oben links, wie beschädigt unser Fahrzeug ist. Und wie viel Benzin wir noch haben. Und jetzt müssen wir die ganze Stadt hier einfärben. Und ihr könnt sehen, hier müssen alles einfärben. Wir können hier Benzin einsammeln, so. Wir müssen darauf achten, dass unser Auto nicht kaputt wird. Und die Polizei ist hinter uns. Und das ist so ein Lastwagen gewesen. Ein Farblastwagen. Nein, 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 nein. Die Polizei ist hinter uns her. So, ich brauche wieder Benzin. So, das Haus haben wir. Das haben wir auch. Den Zaun haben wir auch. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Ich brauche Benzin, ich brauche Benzin. Nein. Nein, ich gebe jetzt erstmal auf. So, wir haben wie viel Meter? 1029 Meter geschafft. Machen wir weiter. Und wir können hier dann Punkte sammeln. Und ihr seht, eine Batterie weniger. So, wir machen weiter. Wollen wir dann vielleicht nochmal die erste Map machen? Nein, wir machen weiter jetzt einfach mal. Mit Nummer 2. Und eine Batterie weniger. Und wir starten. Oh, die Polizei hat uns entdeckt. Ihr merkt, ich bin noch nicht so gut dabei. So, wir müssen auch erst die Steuerung hier checken. Zwischendurch brauchen wir natürlich Benzin. Sehr gut. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Die können das auch hier wieder grau machen. Aber wir wollen die Stadt ja bunt machen. Das war es schon? Ja? Okay, ja. Sehe ich gerade. So, wir haben wieder was erreicht. Sehr gut. Sehr gut. Wir gehen mal rüber zum... Ne, ich möchte eigentlich nichts holen. Ich gehe zurück. Wir haben gerade Daisy. Wir können auch den hier holen, aber möchten wir gar nicht. Ich möchte jetzt weiterspielen. Level 3 ist jetzt auch frei. Und das versuchen wir mal. Starten. So. Aber ich muss sagen, ein echt cooles Spiel und die Polizei hat uns direkt entdeckt. Und die Polizei hat uns direkt entdeckt. Das kann doch nicht sein. So, durch die Tankstelle. Sehr gut. in die Baustelle rein. Oh, 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 oh. Diese Lastwagen, ja, die machen wirklich alles immer grau. So, wir gehen auf die nächste Baustelle. Wir gehen hier zu den noch nicht fertig gebauten Häusern. Sehr gut. Das war super. Ich brauche aber Benzin, Benzin, Benzin. Da ist auch der zweite Polizist. Ich glaube, woanders Benzin finde ich hier gar nicht. Nö. Das war's. Ja. Aber wir haben wieder was geschafft. Schaffen wir denn noch ein Level oder ist das noch nicht frei? Ich glaube, wir müssen das hier nochmal machen. Versuchen wir dann mal nochmal. Fangen wir direkt hier durch. Die Tankstelle wieder bunt machen. Der Polizist hat uns noch nicht entdeckt. Sehr gut. Ich brauche aber Benzin. Und diese Weckeris, die regen mich auf. Oh, 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 oh. Polizist. Und den Polizist, den können wir nicht bunt machen. Der bleibt immer grau. Ich brauche Münzen. Sehr gut. Ich brauche Benzin, 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 Benzin. Sehr gut. Benzin ist wieder voll. So, ich muss auch ein bisschen mehr einfärben. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Viel zu wenig. Oh, Benzin ist auch gleich alle. Aber ich sehe hier noch was blau. Nein. Nein, nein, nein. So, ich brauche Benzin, 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 Benzin. Sehr gut. Aber es war auch ein bisschen wenig. Schaffe ich hier noch was? Habe ich ja schon. Vielleicht hier noch ein bisschen was einfärben. Einfärben. Okay. Haben wir es denn jetzt geschafft? Ich glaube schon, ja. So, jetzt nochmal Level 4. Und das soll es dann für heute gewesen sein. Splash Cars. Echt witzig. Wenn ihr Lust habt auf einen weiteren Teil, dann schreibt es auch in die Kommentare. Können wir natürlich gerne machen. Oh, oh, Polizei, Polizei, Polizei. Weg, 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 weg. Aber so grau sieht die doch gar nicht schön aus. Warum wollt ihr die grau haben? Das verstehe ich gar nicht. Bunt ist doch viel cooler. So, die Wohngegend hier einstreichen. Sehr gut. Ich übernehme hier das Malen. Maler brauchen wir hier dann nicht. Wobei, wir sind der Maler. Mit dem Auto. So, weg. Bunt machen. Und dann färben die das hier auch bunt ein. Nein. Okay, Leute. Splash Cars von Craneballs. Haben wir mal für euch jetzt angetestet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Was sagt ihr zu der App? Was sagt ihr zu diesem Spiel? Würde mich gerne interessieren. Schreibt doch in die Kommentare. Wir sehen uns beim übernichts... Nein, beim nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao.